Herzlich Willkommen, bin der Klössl von 12. Heute bin ich sehr aufgeregt, mir Thermaltics TTE Sports Shark 3D 7.1 Gaming Headset anzusehen. Anscheinend soll es großartige Audioqualität bieten, besonders fürs Gaming, also Spiele, mit gutem Surround-Sound. Dennoch soll das Headset aber zugleich mobil bleiben und leicht verstaubar sein. All das zu einem ziemlich attraktiven Preis von 74 Euro momentan. Vielen Dank Thermaltic fürs Zuschicken dieses Headsets zum Testen. In der Schachtel das Shark 3D 7.1 Headset selbst, dieses schicke Täschchen um es zu verstauen ist man unterwegs, dann sind da auch die Anleitung, die Garantiepolize sowie zwei Aufkleber. Jetzt muss ich euch gleich sofort sagen, dass das Shark 3D 7.1 für ein Gaming Headset sehr gut aussehend ist. Es kommt mit frischen neuen Design-Elementen, etwas das wir 2016 erwarten würden. Obwohl ich ja persönlich mehr so der Kopfhörer-Typ bin und nicht so sehr ein Fan von Gaming-Headsets, kann ich keineswegs behaupten, dass dieses TTE Sports Headset hässlich sei. Tatsächlich denke ich, dass es ästhetisch für Gamer sehr ansprechend ist und genau darauf kommt es auch an, bei einem Produkt, das an Spieler gerichtet ist. Ich muss hier ein Kompliment für die Konstruktion machen. Das Shark 3D 7.1 ist ziemlich gut verarbeitet, wiegt aber dennoch nicht allzu viel. Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass der Großteil davon aus Kunststoff besteht. Aber keine Sorge, wichtige Bereiche machen von Metallkomponenten Gebrauch. Ich war sehr überrascht, hier das sogenannte Fold-Flat-Design auf einem Gaming-Headset zu sehen. Die Ohrmuscheln sind drehbar und können daher so zusammengeklappt werden für praktischeren Transport. Die Ohrmuscheln sind zusätzlich beide noch etwas beweglich, um dem Nutzer den passenden Halt zu garantieren. Der Kopfbügel scheint robust zu sein und verfügt über weiche, komfortable Polsterung. Wir erhalten zudem gute Größenverstellungsoptionen. Offensichtlich handelt es sich hierbei um ein Over-Ear, umschließendes Headset mit weicher, lederähnlicher Polsterung. Ich glaube, das wäre hier Protein-Baumwolle-Polsterung. So oder so sind sie sehr komfortabel, auch nach stundenlang Sessions. Das Headset wird über USB angeschlossen, somit muss man sich keine Sorgen wegen der Qualität seiner Soundkarte oder dem Onboard-Sound des Mainboards machen. Das Kabel ist ummantelt und weist eine Länge von 2 Metern auf. Das Shock 3D 7.1 bietet einen dreidimensionalen 7.1 virtuellen Surround-Sound. Meistens, wenn von 5.1 oder 7.1 Surround-Sound die Rede ist, denkt und erwartet man wirkliche, dedizierte kleine Lautsprecher für all die Kanäle auf beiden Ohrmuscheln. Jedoch wissen wir auch, wie verrückt es auch klingen mag, dass dies auch zu unrealistischen Surround-Sound führen kann. Mit 7.1 Audio würden wir dieses immersive 360-Grad-Gefühl erwarten, doch Thermaltic entscheidet sich dafür, in eine völlig andere Richtung zu gehen und vertraut auf ein virtuelles 7.1 Surround-Konzept. Es soll die bessere Lösung darstellen und für mehr Realismus in Spielen sorgen. Ein dedizierter 3D 7.1 Knopf auf der linken Ohrmuschel ermöglicht es dem Nutzer, diese Funktion im Nu ein- oder auszuschalten. Und da wir schon dabei sind, auf derselben Seite befindet sich zudem ein zweiter Knopf, namentlich EQ, der Equalizer-Knopf. Dieser lässt uns zwischen vier verschiedenen EQ-Voreinstellungen umschalten, für Spiele-Genres wie MMO, RPG, RTS und FPS, sowohl als auch eine benutzerdefinierbare EQ-Einstellung. Was mir hier sehr gefällt, ist die Lautstärkenregelung direkt auf der Ohrmuschel. Hinter dem Gitter leuchtet ein rotes TT-Esports-Logo auf. Was daran aber so besonders ist, ist, dass das LED-Muster auf den Sound unserer Musik oder dem Spieler reagiert. Ein schöner, kleiner Hingucker. 40 mm Neodym-Treiber sind für dieses bestimmte Headset verbaut. Der Frequenzbereich beläuft sich auf 20.000 bis 20.000 Hertz, die Impedanz beträgt 32 Ohm. Wir erhalten zudem ein biegbares Mikrofon, welches nach oben sowie nach unten gerichtet werden kann und dahinter steckt eine praktische Funktion. Ist das Mikro nach oben geklappt, wird es automatisch stumm geschaltet, da der Schaltkreis unterbrochen wird. Dies ist ein omnidirektionales Mikrofon mit einem Frequenzbereich von 100 bis 10.000 Hertz, eine Empfindlichkeit von rund minus 35 Dezibel und ja, es verfügt über Geräuschunterdrückung. Das Mikrofon klingt sehr gut dafür, dass es ein Headset-Mikro ist. Deutlich besser als bei vielen Gaming-Headsets der Konkurrenz. Tatsächlich, was ihr jetzt gerade hört, stammt bereits von diesem Mikro. Ich bin beeindruckt. Was Audioqualität des Shock 3D 7.1 anbelangt, bin ich recht zufrieden. Ihr wisst, besonders zufrieden bin ich nie mit Gaming-Headsets in Sachen Soundqualität. Deswegen nutze ich persönlich Kopfhörer. Außerdem spiele ich nicht wirklich. Im Spiel hat mich das Shock 3D 7.1 jedoch beeindrucken können, obwohl ich mir ehrlich gesagt schon ein wenig mehr 360 Grad Surround-Gefühl erhofft hätte. Ein solches habe ich nicht wirklich erlebt und das Einschalten des virtuellen 3D 7.1 Sounds hat in diesem Bereich auch nicht viel bewirkt. Es wird einfach versucht, die Kanäle virtuell zu optimieren. Was ich daran aber auszusetzen habe, wäre dabei das Echo-Gefühl. Darum finde ich auch, dass es ein viel besseres Spielerlebnis darstellt, wenn man den 3D 7.1 Knopf erst gar nicht anrührt. Hört man Musik, muss ich sagen, dass der Bass für mich gut klingt. Genau die richtige Balance. Die Tiefen allgemein klingen nicht schlecht. Die Mitten sind manchmal zwar etwas nachlässig, aber dafür, dass es sich hier um ein Gaming-Headset handelt, dennoch sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Die Höhen klingt glücklicherweise nicht allzu verzehrt für meinen persönlichen Geschmack, aber was mich bei diesen ein wenig stört, ist die Dominanz. Sie sind sehr dominant, zu dominant meiner Meinung nach. Doch für Gaming in bestimmten Bereichen kann sich dies ganz klar als Vorteil erweisen. Das Shock 3D 7.1 unterdrückt Außengeräusche, relativ gut für den Headset-Nutzer, doch überraschenderweise bekommt die Umwelt ziemlich viel davon mit, was man selbst als Headset-Träger zu hören bekommt. Die Software, die von der TTE Sports-Website heruntergeladen werden kann, kommt mit schönen kleinen Funktionen, aber was mir hier fehlt, sind Optionen für den virtuellen 7.1-Kanal-Sound. Also das Shock 3D 7.1, wobei es nicht perfekt ist, und ich glaube kein Gaming-Headset ist wahrlich perfekt, hat es mich dennoch beeindrucken können. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hierbei eben um ein Gaming-Headset handelt und nicht um audiophile Kopfhörer, gedacht zum Musikhören, sind der Preis die Funktionen und das Aussehen doch recht überzeugend. Und zur Zeit des Videos könnte es sich hierbei womöglich um das beste Gaming-Headset handeln, das ich bisher je aufgesetzt habe. Insbesondere aus dem Grund, weil für mich persönlich eine tolle Balance zwischen Surround-Gefühl zum Spielen und guter Qualität für Musik geboten wird. Dies ist nicht leicht erreichbar bei Headsets, die zum Spielen konzipiert wurden. Somit Hut ab vor Thermaltake. Es wird gute Audioleistung geboten, der Komfort passt, das Mikrofon ist ausgezeichnet und all das zu einem Preis von 74 Euro. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich würde das Thermaltake TTE Sports Shock 3D 7.1 Gaming-Headset definitiv empfehlen. Ich vergebe hier meine Silber-Auszeichnung. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos manchmal früher zu sehen.